Ja hallo, das hier soll eine kleine Kanalvorstellung sein, dann stelle ich mich erst mal vor, ich bin der Julius, ich bin 15 Jahre alt, auf meinem Let's Play Kanal lade ich im Moment hauptsächlich Wardroves von GTA San Andreas hoch. Ich habe aber vor, demnächst auch Commentaries hochzuladen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet. Ich werde wahrscheinlich auch Live-Commentaries hochladen von Arcania, Gothic 4 und mir geht es eigentlich hauptsächlich darum, Abonnenten zu haben, die mir Tipps geben, mich unterstützen und bei meinen Videos immer irgendwelche nützlichen Kommentare drunter schreiben. Also nicht irgendwelche Abonnenten, die nie auf meinem Kanal vorbeigucken. Ja, das war es auch schon von mir. Bis demnächst. Ciao. Bis zum nächsten Mal.